Ich lasse mir gleich schön zu Hause meinen Tisch fertig. Wakaarachigotete Mezamecheke. Immer wieder nach oben. Hamim, ich glaube, so ist es falsch. Schaffst du noch? Ja, es ist gut. Es ist gut. Es ist gut. Es ist gut. Nein, es ist gut. 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 Willkommen auf ein neues Video. Was geht ab meine Freunde? Es ist gut. Es ist gut. Es ist gut. Es ist gut. Es war zu spät. Die haben schon zugemacht gestern. Deswegen haben wir heute einen Baum geholt. Wie heißt das? Tannenbaum. Genau. Oh, Tannenbaum. Oh, sie rutscht immer runter. Oh no, oh no. So, der Auto wird so dreckig jetzt. Das ist Katastrophe. Wie ist das? Ah, was? Das ist Schole. Behindert. Das ist Schole. Das ist Schole. Das ist Schole. Es ist Schole. Wenn du siehst. Die Schole kommt nach vorne zu dir. Die Schole kommt nach vorne zu dir. Die Schole kommt nach vorne zu dir. Drei. Die Schole kommt nach vorne. Der hat ein Zusatz gehabt im Autodach. Wenn in der hier die Schole kommt, hole den Müll. Die Schole kommt nach vorne. Er hat die Schole kommt nach vorne. Die Schole kommt nach vorne. Da haben wir meistens. Wir wollen schon einen Tannenbaum. Und wir wollen Weihnachten gegen das. Wenn du später heute willst und wirst du in deinem Brille trinken, nicht? Nur beim Auto fahren. Wir tun wir dich ehrlich. Deine Brille. Allah. Ja, genau. Weißt du was? Du siehst immer gut aus. Auf dem Moment. Hey, warum kommt so nach an? Geschminkt, ungeschminkt, mit Watt, ohne Watt. Das ist doch alles. Das ist doch alles. Ich habe mir einen Batalier, einen Gere, einen... Das ist doch alles. 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 Ich habe mich nicht mehr mit dem Läden. Ich habe mich nicht mehr mit dem Läden. Die Frauen sind so lehrlich. Super Vater, Heidi. Frauen sind so lehrlich. Hat doch nicht mehr mit dem Läden. Die Leute, die haben uns nicht mehr mit dem Läden. Die haben uns nicht mehr mit dem Läden. Sie hat vorne meinen Platz übernommen. Das ist schon seitdem sie geboren ist. Und ja, ich habe mich ein bisschen wie in die Bayerani. Das war mir. Ja, das war mir. Ich, äh... Wo willst du hin? Ich habe eine Rewe. Ich habe eine kleine Rewe. Ich sage auch etwas Süßes. Hallo, ich hab dir zurück. Danke. Dann ist er ein Kontraport. Ich hab einen Kinder, die du hast. Sie haben einen kleinen Knie zu holen. Ich habe einen Böger. Ich habe einen Böger-Kings. Ich habe einen Saba und einen Knie und einen Spader. Ich habe einen Böger-Kings, den Böger-Kings, weil ich einen Böger-Kings und einen Böger-Kings mache. Ich habe keinen Hunger, ich habe keinen Hunger. Du hast keine Kämrein. Ja, ja, ja. Ich habe gesagt, wie Infobox, wenn du dich nicht aufgerissen hast, dann bin ich ein bisschen an, in der Nähe von Armen gesagt, du bist ein bisschen an. Es ist ein bisschen an. Ein bisschen an. Was soll ich sagen, was soll ich sagen, dass ich ein bisschen was kann? Ja, aber ich weiß nicht, was soll ich nochmal sagen. Was soll ich noch ein bisschen an? Du bist ein bisschen an. Mann. Ein bisschen an. Das ist ein bisschen an. Wenn ich mal wirklich Leute, er sagt, dass ich muss mich tot lachen. Dankeschön, Dankeschön, Tschüss. Jedes Mal machen die falsch, meine Freunde. Ich bin krank, ich weiß nicht, es kann nichts aus. Was hast du mit meinen Tirol gemacht? Das ist der Tirol. Ich bin krank, ich bin krank, ich bin krank, ich bin krank, ich bin krank. Ich bin krank, ich bin krank, ich bin krank. Sieht mich perfekt? Man sieht dich schon, so ein bisschen, so lala. Oder es ist dunkel? Nein, man sieht schon dein Nacken. Nacken, du schaffst. Mach mal bei den Lichtern. Ja, man sieht dich voll. Auf jeden Fall, meine Tirol, meine Tirol, ich will mich nicht schicken. Ich will mich nicht schicken. Du wirst ein Schocken. Du bist die Schocken. Wie ein Schocken? Ich bin schocken. Wie hat es unser Schocken? Noi. Wie ist das? Schocken? Nein, das ist ein Schocken. Wie ist das Schocken? Ja, aber nur. Tau, Tau. Zaraf Kharamu, Motorchum. Er ist ja die Die sind die Ich mache das Die sind die Die sind die 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 Das Ich Das heißt endlich noch Weihnachtsmarkt? Ich habe das Gefühl, wir machen ein Auto-Video. Wir wollten eigentlich Weihnachtsmarkt fahren. Aha, fersat. Wie oft hast du Schein gemacht? Ich bin am Arsch. Das ist kaputt Die ganze Zeit ist in diesem Fall. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Oh, mein Gott! Es wird am meisten gewittert sein! Guck! Ist das fest? Panzer! Was? So meine Freunde, wir waren am Start. Am Böben wieder habe ich kurz Kaka. Zeigen wir euch gleich. Und dann machen wir mit euch zusammen ein bisschen Beschmücken. Rupani! Du machst das nicht, ich. Du machst es wohl auch. So, Bratana, ein gutes Video. Jedes Mal. Hast du dich nicht oder hast du dich nicht? Hast du dich nicht? Es ist gerade dein Hirn. Jetzt muss ich deinen Baum machen. Ja, äh. Ich sow schon mit euch, ich hab ein Schraken. Unser Mal ein bisschen, du kannst dich auf dich nicht untertan. Du hast dich einfach nicht untertan, zu Hause? Du hast dich nicht auf dich schraken. Du hast dich nicht gesessen müssen. Du hast mich nicht genug, du hast dich nicht gewusst. Ich versuchte dich nicht. Ich muss dich nicht. Du hast dich nicht begonnen. Das ist etwas wieder. Du bist ja gar nicht angeglied. Wenn du in mir blöden kannst, nicht. Du hast dich nicht gegeben. Warum? meine freunde machen wir weihnachtsbaum hier fertig für uns wir sitzen ein bisschen gucken gerade fc bayern münchen ganz entspannt und ja machen wir gleich hilfst du mir ganz alleine weh es war was es ist Du bist ein Clown? Du siehst das so aus. Und wenn du hast, dann hast du einen Kawara. Als Mandeln mit Jacojin-Samschiba, aber wenn du dich schorst, dann kannst du dich schorst. Nein, die sind echt lecker. Vier Teigern. Danke schön. Leute, so bei uns, wir machen das nie. Heu auf Granatapfel. Das ist schon komisch. Das ist schon komisch. Lehmann. Was ist das? Das ist das? Das ist sehr komisch. Aber ich würde sagen, Schischko. Schischmann. 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 Oh no, oh no, oh no. Ja. Schischmann. Ich bin ein Kiefer. Ich bin ein Kiefer. Und ich bin ein Kiefer. Ich bin ein Kiefer. Ich bin ein Kiefer. Ich bin ein Kiefer. Auf jeden Fall meine Freunde. Auf jeden Fall sehen wir uns wieder. Danke auf jeden Fall für die ganze Liebe, die ganze Arbeit. youtube-kanal auf wessosküche mit mir und nada ein bisschen in naja werden wir auch vielleicht bald zeigen wissen wir nicht meine süße maus aber es ist komplett papa kennt jetzt schon nume kachamina Das imaginete,ilo common ist kein kachamina Wir konnten es ihre Kle Apa pas für die Sitate Wir sind die sind ja da karamina Das encontramos a Kachamina von der in Jerusalem Weischen ist meine meine deutsche Kleine Ich brauche mich zu Syrien und Schraub. Aber ich versuche die Zeit lang, die 17 von den beiden Beinen der Frau, nach Schraub, nach Schraub und Schraub. Ich brauche Lachen. Jetzt müssen Sie eine Schraub. Ja, ich bin. Ich habe gesagt, ich habe mit dem Schraub. Das Problem ist, wenn du dich nicht mehr wirst, mehr du kannst. Ja. Okay, die ersten, wenn du dein Vater, Ihr habt euch mit denen ein fünster Nasee gespielt. Die Zahnarie hat mich nicht nur hier gemacht. Ich habe eine spezielle Ente genommen. Sieht hier. Wir haben die Zahnarie bei einer Zahnarie gespielt. Die Zahnarie ist nicht nur kurde oder sued. Es war für mich eine Zahnarie in der ganzen Nacht. Bis zum Lalle ist. Nein. Nein, nein. Ich glaube. Sie haben nicht nur eine Geburt. Ja. Wie ist es? Kurdiata, Nabu. Ja, Nabu, das ist ein Zeug. Ja, Nabu, du bist anести. Ja, du bist hier drin. Du bist ein Zeug. Kurdiata, Nabu. Ja, natürlich. Er ist nicht so, ich sage, ich sage, ich lege auf die Leitungen. Ich sage, aber ich bin ein Zeug von Fakir zu sein. Ich sage, ich bin ein Zeug, Ich bin kein Almaner. 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 Mein Sohn, wie geht's dir? Ich bin kein Almaner. Ich bin kein Almaner. Ich bin kein Almaner. Ich bin kein Almaner. Auf jeden Fall, was soll ich sagen? Aber gib doch zu. Als wir uns kennengelernt haben, da kannst du wirklich kaum Kurdisch. Jetzt ohne Witz. Ich konnte nicht. Ich bin kein Almaner. Ich bin kein Almaner. Ich bin kein Almaner. Nein, okay. Wenn du die Kamera hast, kannst du die Kamera machen? Nein, weil ich die Kamera auf dein Gesicht gebracht habe. Ja, so viel Liebe. Jan hat gesagt, mach Fenster auf. Aber du hast gesagt, von Jan. Er war mein Schwester. Ich bin kein Almaner. Ich bin kein Almaner. Ich bin kein Almaner. Aber du hast ihn nicht gesagt, du hast ihn nicht gesagt. Es ist ein Almaner. Es ist ein Almaner. Ich bin kein Almaner. Ich bin kein Almaner. Ich bin kein Almaner. Auf Fett. Avocado ist komplett fett. Käse ist fett. Oliven. Okay. Und Chips sowieso. Okay. Heute Morgen habe ich gefrühstückt. Und jetzt? Das ist ein Almaner. Das ist ein Almaner. Nein, ich bin kein Almaner. Das war ein Almaner. Das war ein Almaner. Und die Dinge, die wir geholt haben. Wie waren die? Sag mal deine Meinung dazu. Also Burger King, bitte. Euer Essen ist Chub. Katastrophe. Ich mag allgemein Essen von Burger King gar nicht. Gar nicht. Ich bin kein Almaner. Ich bin kein Almaner. Ich bin kein Almaner. Ich bin kein Almaner. Ich werde dir einen Almaner sagen. Was ist das? Was ist das? Wir kommen hier oben. Zack. Das ist aber echt ein schöner Almaner. Bei Kego Webinar? Sei ehrlich. Du, du. Du musst es auch machen. Ich bin kein Almaner. Ich bin kein Almaner. So meine Freunde. Auf jeden Fall. Ihr seht, ich liebe Weihnachten. Es gibt nichts Schöneres. Aber das Problem ist, einige Kugeln fehlen uns. Kugeln hat das Ida. Ich bin kein Almaner. 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 Wir holen uns neue. Ja, ja. Wir holen uns auf jeden Fall neue, meine Freunde. Meine Inaya ist am Spielen. Aber ich liebe es. Inaya wollte auch Omri mit dem Papa machen. Ja, Papa. Ich bin kein Almaner. Wauw Inaya. Bravo. Inos. Baba, wie hat das gemacht? Nein. Inos. 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 ja meine freunde auf jeden fall so ein bisschen wird das ja was hier also ich liebe es sie mache ich das so du machst es super ich bin stolz auf das ist champions league und ich muss hier ein baum schmücken bitte kommt mal klar für ihr leben haben wir das leben gar nicht ja ja dann siegen lassen wie schon das hier ist es ist eine große Herausforderung also weil wir hier in der Hand gekommen sind die Hand und wir sehen wie in der Kanne Aus der Hand noch einmal da mit der Hand machen, dass sie zu diesem Schm sea fahren Ich bin einfach noch vor dem ich gerne Drei bin ich bin ein Hinblick auf die Hand und ich bin einfach wieder auf die Hand gekommen sind ich bin einfach so ein Hinblick auf das Haus das ist eine Sprache, ich bin einfach sehr gerät. denn wie Diago B. sind wir auf dem Weihnachtsmarkt, meine Freunde. Nächstes Video ist auf dem Weihnachtsmarkt. Auf jeden Fall seid gespannt, wird sehr witzig und sehr cool. I love you, bis zum nächsten Mal. Ruppani!